Willkommen zu einem neuen Horror-Game from the darkness und die Musik ist jetzt schon sehr einschüchternd. Ich habe Angst, die Community auch. Falls du auch mal live dabei sein willst, wenn du dich mitkuseln willst, komm gerne auf www.twitch.tv. Das ist sehr lustig. Ich nehme noch schnell einen Schluck Wasser und dann fangen wir an. Herzlich willkommen beim Vierfahrt Friday. Los geht's. Ich habe Angst. Boah, die Geräusche machen mich fertig. Oh, machen mich fertig. Oh Gott. Okay, los, play. Boah, schreckliche Geräusche. Oh Gott, wo fange ich denn an? Oh, nee, bitte nicht. Willkommen in einer gruseligen Umgebung. Wir befinden uns in einem Apartment und müssen in den 64. Stock zum Großvater. Okay. Easy. Kann ich mich auch ducken? Nee. Okay, was ist das für ein Psycho-Horrorspiel? Kann ich irgendwie den Aufzug betätigen? Ah, tatsächlich. Der Aufzug wird wahrscheinlich nicht kommen. Ich glaube, danke Kugelfutter, du sagst es. Dankeschön. Ich glaube tatsächlich, wir werden Kugelfutter werden und wir müssen, glaube ich, die Treppen hoch. Hey, muss ich jetzt echt die ganzen Treppen hoch? Das packe ich aber nicht. Ich mache euch den Ton noch lauter, einfach weil ich Bock habe. Hört ihr mich so noch gut? Ja. Ich will euch, dass es euch auch die Arschbacken wegsprengt, wenn ich mich erschrecke. Boah, ich höre da schon was. Oh Gott, ey. Oh, I don't like it. Ihr hört nichts vom Spiel. Ist das jetzt besser? Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott, okay. Alle so, doch voll laut jetzt. Okay, dann mache ich es jetzt so. Ja, wir einigen uns jetzt auf das hier. So, Schluss jetzt. So. Oh, jetzt richtig rasslaut. Oh nein, ein Stuhl. Was macht der Stuhl hier? Der Stuhl hat keinen Sinn. Ja, ich gehe jetzt echt langsam hier. Ich höre schon das Geräusch. Oh Gott, der Aufzug steckt hier fest. Oh, der Aufzug steckt hier fest. Okay. Oh no, warum geht es da lang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah. Ah, warum geht es da lang? Oh, ich sehe nichts. Ich gehe rückwärts. Okay, oh Gott, nein. Es ist dunkel. Ich habe doch nicht mal eine Lampe oder so. Ich kann doch da nicht hoch. Ich kann da nicht hoch. Ernsthaft, ich sehe ja gar nichts. Fuck my life. Ich kann da nicht hoch. Muss ich da hoch? Ernsthaft? Oh no. Geh hoch. Ja, ihr habt leicht reden. Ich muss es ja machen. Ihr könnt euch ja ins Bett einkuscheln. Oh nein, ich sehe gar nichts. Ah. Ah. Okay, okay. Oh Gott, oh no. Oh, mein Handy. Kann ich da irgendwie rein? Kann ich da ducken oder so? Oh Gott, nein. Ich kann da nichts machen, ne? Ich kann da nicht rein. Okay. Okay, da ist doch irgendwas zu sehen, oder? Ein Zettel. Kann ich hier irgendwie meine... Oder oben ist wieder Licht. Okay. Okay, also der Aufzug geht nicht. Dankeschön, Imba. Oh, da liegt ein Päckchen. Oh nein, es sind Leichenteile. 100 pro Leichenteile. Okay, also Aufzug können wir knicken. Aufzug geht nicht. Ist aber geil, erinnert mich ein bisschen an PT, wo du einfach immer höher musst und dir in die Hose scheißt. Oh Gott, bitte. Ich packe jetzt keine Jumpscare-Scheiße, ne? I need... Ich muss in 64 Apartment. Ja, warum sagt er das jetzt? Äh, warum laufe ich denn so eklig? Ach so, weil er da nicht hoch geht. Oh Gott. Dankeschön, Flamingo. Ach so, er geht da nicht lang. Ja, weil er hat... Ja, super, dann geh halt die Treppen, ne? Er ist so faul. Kann ich hier klingeln? Ah, jetzt auch klingeln. Warte mal. Kann ich hier klingeln? Ach so, in 61. Das ist doch hier. Oder? Das ist doch 61. Oder? Ah, ja, hier. Okay. Okay, easy peasy. Lemon squeezy. Was hab ich da jetzt gemacht? Lieber Nachbar. Wenn du nicht aufhörst, Geräusche über die Nacht zu machen, werde ich die Polizei anrufen. Ja, super. Oh nein, bitte nicht. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott. Dieses Apartment ist schon lange verlassen, sagt er. Ach du Scheiße. Kann ich bitte eine Lampe haben? Ich brauch eine Taschenlampe, bitte. Oh nein, keine Electricity. Ich will nicht rein. Nein, mach die Tür auf! Ich will da nicht rein. Ich seh doch gar nichts. Oh, okay. Gut, dass ich mich umgedrehen hab. Ach, geht jetzt die Electricity, bitte? Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Ich pack' das nicht, Mann. Oh. 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 Oh nein, ich will nicht. Oh Gott, ist alles so dunkel. Oh Gott, nein. Ich geh da nicht rein. Ist ja fürchterlich. Oh no, ey. Oh nee. Ah, ich kann da nicht rein, da ist immer halt dunkel und macht Geräusche. Ich kann nicht. Ah. Was ist das für ein Spiel? Das lässt ja überhaupt keine Chill-Pause hier. Oh. 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 Danke, Flamingo-Freak. Dankeschön. TV is not working. Okay. Hier ist Fenster auf. Babushkas. So. Oh, ist ja schrecklich. Schreckliche Scheiße. Und da ging das Licht aus. Da will ich gar nicht rein. Oh. Und da will ich auch nicht rein. Ah, da geht's gar nicht rein. Ich will in diese Tür da nicht rein. Ich geh jetzt da rein. Nein, da wird alles schlimmer. Da geh ich nicht rein. Hä? Ich geh hier rein. Da sieht man nämlich nicht, was drin ist. Ich geh rückwärts rein. Okay, hier ist nichts. Ich will da nicht rein. Da ist irgendwas Schreckliches. Too dark. Ah. Okay, ich brauche irgendwas, weil es dort so dunkel ist. Oh nein, bitte nicht. Ich will nicht mehr, Leute. Ich hab echt keinen Bock. Ist da Blut im Rahmen? Ja, bestimmt. Oh nein. Ich kann da. Ich geh jetzt. Ich will gehen. Ich will gehen. Ich kann doch da gar nichts machen. Ah. Ich kann doch da gar nichts machen. Ich hab doch kein Licht. Können wir das bitte lassen? Oh Gott, was ist denn das hier? Ich möchte nicht mehr. Oh nein. Kollege. Missing Part. Okay, ich brauche jetzt irgendwo. Hä? Hä? War eigentlich immer das Bad? Hat das Bad nicht immer eigentlich Licht? Ah, hier. Kann ich... Ich brauche irgendwo... Hey, fuck you. Ich sag's. Leck mich am Arsch. Hör auf! Die geht irgendwie nicht auf. Ist hier noch irgendwo eine Tür? Ich seh nix. Oh, das ist schrecklich. Hier ist keine Tür mehr. Irgendwie kann ich das nicht öffnen. Oh doch. Ah, die geht nicht auf, die Tür. Weiß jemand, wo ich den vermissten Part herbekomme? Weil hier macht ja niemand auf. Es muss irgendwo was geben, wo ich für den Schalter noch was bekomme. Oh. Could it be, could it be that you're joking with me? Okay, da ist too dark. Da komme ich nicht rein. Mir fehlt ein Schlüssel. Ah, da ist Blut, oder? Irgendwann habt ihr gesagt, es ist Blut. Hier fehlt mir halt ein Teil. Jetzt fehlt mir noch ein Schlüssel. Oh nein. Oh nein. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Okay. Das ist wahrscheinlich für die Tür da hinten. Oh mein Gott, da atmet was. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um, da atmet was. Erstmal die Tür gegen das Gesicht knallen. Oh Gott, okay, da haben wir den Schalter. Oh Gott, nein, ich will es gar nicht wissen. Closed. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Oh Gott, diese Geräuschkulche macht mich fertig, Leute. Schrecklich, wirklich. Was ist denn das eigentlich für ein Bild? Oh nein, ich höre es atmen. Ich höre es atmen und es ist dunkler geworden. Ich will nicht. Hört ihr es? Es atmet. Hört ihr es? Nein, ich will nicht. Oh Gott, es ist wieder an. Da, atmet es raus. Hört ihr es? Ne, sorry. Also, not today. I'm out. Alter, willst du mich verarschen? Holy shit, Mann. So sah ich auch aus, als ich den Twitch-Pitch gewonnen habe. Holy shit, fuck my life. Also, das ist wirklich ein Herzinfarkt. Jumpscared. Tut mir leid an allen Leuten, die ich da gesagt habe, dass ihr da bleiben sollt, weil es nicht gruselig wird. Und ihr werdet mir nie wieder vertrauen in Sachen Horror geben und ich bin euch nicht böse, wenn ihr jetzt geht. Entschuldigung. Oh nein, oh nein. Kann ich mich verstecken? Oh nein, bitte nicht. Nein, ich will mich nicht verstecken. Na. Bitte. Bitte nicht. Ich hasse Versteckspielchen. Ich hasse Spiele. Was? Alarm Bums? Get out. Ich liebe es. Oh. Oh, ich sehe mich. Das erste Mal, dass ein funktionierender Spiegel da ist. Danke, Germ- Oh Gott, da stand doch gerade jemand. Holy shit, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da stand gerade jemand. Dankeschön, German Pitbull. Dankeschön. Da stand gerade jemand, ne? Habt ihr es gesehen? Ich will mich hier nicht verstecken müssen. Ich hasse es, wenn ich mich verstecken muss. Das hasse ich wirklich. Extrem. Holy shit. Ne, ich packe das nicht. Was ist das für ein scheiß Spiel? Oh nein. Hört doch immer das Geräusch, wenn es zu lang dunkel ist. Okay. Okay. Oh mein Gott, da steht ja jemand. Oh no, ich hab keinen Bock mehr, Leute. Could we please? Ey, da steht ja jemand, zieht doch seinen Bauch. Oh no. Ich will da nicht hin, weil da steht nämlich der direkt im Schatten. No, I don't want it. No way, no fucking way gehe ich da hin und hole dieses Buch. Da ist Blut drauf und der Typ steht da direkt straight vor mir. Ich brauch einen Schluck Wasser. Oh Gott, Jumpscare. Oh Gott. Okay, ich hab das scheiß Buch. Objekt heißt Get Out. Das Objekt heißt Get Out. Kann ich mir das nochmal anschauen? Nee. Okay. Unangenehm, wenn es immer dunkel wird. Sehr unangenehm. Ich weiß aber gerade auch nicht, was ich machen soll. Ich geh jetzt mal tatsächlich raus. Oh nein. Oh nein. Mach nicht. Okay, auf dem Satz könnte mich jetzt echt festnageln, ne? Ach, da ist nichts mehr jetzt, ne? Oh nein, das wollen wir nicht. Okay. Okay. Ey, der macht alles aus, ne, ich raste aus, dieser Sack. Schiff to run, oh no, fuck you bitte. Ne, ne, nein, fuck you bitte. Nein, nein. Wohin soll ich denn rennen nachher? Weiß jemand, was ich machen muss? Kann ich im Spiel sterben? Ich möchte tatsächlich davor nochmal hier überall Licht anmachen. Oh Gott, Dankeschön, Simon, vielen Dank. Ja, was gibt's Besseres, das hier rein zu klotzen? Oh mein Gott, er hat mich gesehen. Oh Gott. Opa, bist du's? Opa? Opa? Oh nein, Opa sieht mich jetzt. Oh, ii, Opa hat mich gesehen. Opa hat mich gesehen. Oh Gott. Opa hat mich gesehen. Oh Gott. Oh mein Gott, die Puppe guckt mich an. Ekelhaft scheiße. Oh mein Gott, saving. Wah, 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 er kommt raus. That's what she said, Part 2. Oh, er läuft da jetzt rum. Oh, scheiße nein. Opa holt sich noch was in der Küche zum Essen. Danke Mini für zwei Monate. Deswegen haben die Nachbarn gesagt, er macht Nachtslärm. Ähm, weiß jemand, wie lang dieses Spiel noch geht? Ich hab irgendwie Angst. Ich pack das nicht mehr, Leute. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Oh, Gott. Oh, Jang. OH. Aaaaaah! Aaaaaah! Oh nein! Mann, wohin? Ich sehe ja nichts mehr! Wohin jetzt? Ich gehe noch dahinten, dahinten ist noch Licht. Ich komme hier nicht weg. Ich kann da nicht hin. Wieso komme ich da nicht nach hinten? Ich kann da nicht nach hinten gehen, Leute. Oh. Ach, das macht so Geräusche. Da ist schon ein Finger. Der hat sich was zu essen gemacht. Okay, ich sollte hier weg gehen, weil er hat sich hier seinen Snack zubereitet. Okay. Ich komme aber hier nicht nach hinten. Er läuft nicht geradeaus. Ich glaube, ich muss hier irgendwas machen. Irgendwas blockiert mich hier gerade. Ich komme hier gerade nicht nach hinten. Als würde hier irgendwas sein, was mich... Ah, jetzt? Nee. Irgendwas blockiert mich hier. Ich kann den Ofen halt nicht aufmachen, ne? Oh doch! Oh man. Opa, geht es dir nicht gut? Oh nein. Oh Gott, ich sehe nichts, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe nichts. Scheiß Puppe! Ich muss das mit den blöden Würfeln machen. Nee, man sieht halt auch keine Lichtschalter mehr, ne? Hallo, Darno! Hallo, Nini, Martini! Nee? Wo ist er? Das ist krank. Wohin muss ich? Oh, was ist das? Ah, oh Gott. Äh, holy shit. Was ist denn da? Das Passwort. Oh Gott. Danke, das Mikrofon für den Prime. Weiß das jemand? Oh, ich habe einen Würfel eingesammelt. Stimmt, aber wo finde ich den Würfel denn wieder? Kann man den irgendwo nochmal anschauen? Oh mein Gott. Ich werde nicht schauen. Der steht neben mir und bringt mich jetzt um. Wir müssen jetzt den Code sagen, ne? Holy shit. I'm so dead. Ich gucke nicht an die Decke. Oh Gott. Oh ja, ich sehe es. Hier. Okay. Das haben wir. Wo ist die Musik so asozial? Oh Gott. Ich bleibe jetzt erstmal hier unten. Da passiert gleich wieder Scheiße. Also, merkt euch das Zeichen. Wir nennen den Anker, zwei Anker. Wir nennen den zwei Anker. Oh mein Gott, fuck my life. Nein, es hat das Licht ausgemacht, der Sack. Scheiße. Was mache ich jetzt? Danke, Froh Tinker. Ah, iiih, mein Spiegelbild, alter. Oh mein Gott, fuck you. Wir müssen nicht jeden Scheiß hier ausprobieren, mich zu stressen. Scheißdreck. So, wir haben jetzt den... Muss ich das Licht ausmachen, oder was? Oh ja, das haben wir. Ich will das Licht gar nicht ausmachen. Aber die Reihenfolge kenne ich ja gar nicht. Oh nein. Lass mich doch bitte einfach in Ruhe, ne? Okay, da oben das X haben wir. Okay, wir haben das Rote. Wo ist der nächste Scheiß? Das hier drin, das haben wir. Okay, und was ist die richtige Reihenfolge bitte? Ah, die Farben sind vorgehend für die Zeichen, stimmt. Okay, grün, rot und das. Den Rest probieren wir jetzt aus. So. Grün. Rot war die Null, oder? Grün war der Anker, der Doppelte. Grün. 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 Ah, ne, rot war das Komische. Das war... Das war... War das das hier? Das war Null. Und die Blau haben wir nicht gefunden. Das war Rot. Das war Rot. Ja, Rot stimmt. Doppelter Anker stimmt auch. Aber war auch Gelb richtig. Gelb ist das hier. Ups, okay. Gelb ist das hier. Und das Blau, okay. Oh Gott, schrecklich. Das? Ne. Das? 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 Rot ist falsch. Das? Nee, das ist doch richtig. Rot ist doch richtig. Das war rot. Aber stimmt die Positionierung auch so? Ja, oder? Also das stimmt auf jeden Fall. Hier bin ich mir nicht sicher und das stimmt. Vielleicht muss man hier nochmal durchklicken. Nee, das war auch das. Geht nicht auf. Was ist denn falsch? Rot ist doch Dreieck. Nee, rot ist doch dieses Ding da unten. Seht ihr? Das hat doch so ein Schnipfel. Gelb stimmt noch nicht. Aber es ist gelb dann. Das ist gelb wird das. Ah, jetzt. Danke. Ich weiß nur nicht, ob ich mich so freuen soll, dass wir jetzt weitergekommen sind. Ohne Lampe. Ja, endlich. Oh mein Gott. Turn on the fuck. Oh Gott, ich weiß über... Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass ich die fucking Flashlight jetzt hab, ne? Ich glaub, das ist nicht gut. Oh mein Gott, das ist überhaupt nicht gut. Oh no, Leute. Ich will die fucking Flashlight nicht haben. Oh, das ist auch so dumm von der Lenkung. Oh, scheiße. Das haben wir die ganze Zeit nicht gesehen, ne? Oh ja, aber... Homie. Ich besuche... Man sollte seine Großeltern nicht mehr besuchen. Ich gehe bestimmt nicht in deine scheiß Tür rein. Du brauchst sie gar nicht so lastiv zu öffnen. Lass mich in Ruhe. Ich muss da rein, oder? Oh Gott, nein. Warum musst du es denn einfach machen? Oh nein, jetzt muss ich mich da jetzt hinsetzen, oder was? Oh, ein F. Ein Strick. Und ein Stuhl. Hat Selbstmord gemacht. Was heißt das F da jetzt? Okay, kann ich wieder raus? Ich hab jetzt genug gesehen. Super geht nicht. Kann ich da dran ziehen? Muss ich da irgendwas machen? F in den Chat. Oh, danke Jess für Fun. Mach weiter so ein Bläppi. Du bist schönen Abend alle. Danke schön für 10 Geräuschen. Ich möchte eigentlich nichts mehr machen. Oh Gott, die Tür. Die sah aber voll nett so aus, ne? Was mache ich denn jetzt hier? Nicht der F in den Chat. Ihr sollt mir helfen. Oh nein, oh nein. Okay, ich muss wirklich F drücken, ne? Nein, Leute. Nein, bitte verlangt es nicht von mir. Bitte. Liebe Community. Ihr könnt doch jetzt nicht ernsthaft von mir verlangen, dass ich jetzt in diesem Moment, in diesem Raum ernsthaft F drücken soll. Ist das euer verdammter Ernst? Oh Gott, okay. Hier? Nein, ich will nicht hören. Ich will nicht hören. Ich will nicht hören. Oh nein. In total darkness. In total dunkelheit. I buried him in concrete. Habe ich ihn begraben in? You do not hear. Hörst du es nicht? Here? Hör the voice. Ich will die scheiß Voice nicht hören. Okay, ich stelle mich jetzt in die Ecke und mache aus, okay? Lausche auf. Ach, in Beton. Okay. Ach, scheiße. In Zement. Er hat ihn in Zement. Ah, nein. Er hat seine Leiche bestimmt hier in die Wand irgendwie reingepackt. Oh Gott, okay. Deswegen buried him in Beton. Das heißt, er hat ihn in Beton gepackt. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Scheiß Baby. Kann ich nicht... Ey, der guckt mir nicht mehr an. Kann ich bitte gehen? Danke, Topsi, für den Prime. Alle sagen, renn einfach raus. Geht nicht. Da ist eine Fleischwand. Eine fucking Fleischwand. He doesn't like light. Oh mein Gott. Er mag Licht nicht. Ja, das denke ich mir. Aber deswegen habe ich es ja auch, weil ich keinen Bock habe, dass der mich abfuckt. Der Penner. Oh Gott, ich mache gerade Licht aus. Warum? Warum hat er das Licht ausgemacht? Oh Gott, er steht neben mir. Ich höre es schon, wenn ich die Maus drehe. Ich höre es. Oh Gott, er steht neben mir. Oh Gott, er steht neben mir. Oh nein. Oh nein, Leute, der ist da oben. Muss ich jetzt Licht ausmachen und da dran vorbeigehen? Der ist da oben. Muss ich da jetzt dran vorbeirennen und Licht ausmachen? Oder was muss ich machen? Oh Gott. Wo tropft es denn da, verdammte Kacke? Closed. Ach, da oben geht es auch lang. Das ist Spiel, das macht mich fertig. Oh nein. Ich verstehe das nicht. Oh Gott, er steht da. Oh mein Gott. Und fuck my life. Was mache ich denn jetzt? Danke, Torte. Ich bin 400 Bits. Ich sterbe nur, wenn ich das Licht anmache. Oh Gott, er macht es automatisch wieder aus, ne? Aber er steht da. Also er bleibt dort, auch wenn ich es ausmache. Er hat Angst vor Licht. Mit Licht hinlaufen. Oh Gott. Oh Gott, das ist so unfassbar ekelhaft, wirklich. Also das, vor allem weil er auch so ekelhaft groß ist. Muss ich hier noch was machen? Muss ich noch mal in den Raum? Ja, ich höre auf jeden Fall was in dem Raum. Höre ich was? Wenn ich noch mal die Ding zumache, die Tür, würde ich gerne noch mal ganz zumachen. Wenn ich darf, bitte. Machst du die Tür bitte ganz zu? So. Wenn ich hier noch mal ausmache, höre ich was. oder auch nicht. Okay, nee, ich glaube, wenn ich Licht ausmache, kommt der und bringt mich um. Ich glaube, so weit sind wir schon. Dieser Raum stinkt nach Leichen, sagt er. Okay. Dieser Raum stinkt nach Leichen. Dankeschön an Markoma. Dankeschön für ein, für deine Bits. Oh Gott, nein. Oh Gott, da ist ja was. Ah, guck mal, hier ist das. Oh, und der Schlüssel ist im Auge. Oh, nö, muss das sein? Ich muss das Auge wegnehmen, oder? Finger, Finger, Auge, Zähne. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, mit dem Finger mit dem Finger herkriegen, oder? Da, ja, die Zähne. Ach, von dem Typen, von dem Typen im Klo, oder? Oh Gott, ich glaube, wir müssen dem Typen im Klo die Zähne rausreißen. die Zähne rausreißen. Oh Gott, oh Gott, Oh, scheiße. Ich glaube, dass ich da rein muss. Oh. Oh Gott. Äh. Ich erinnere mich dran, dass ich die irgendwo... war das nicht hier? Nee. Wo war das denn? Wo war denn das? Die Bilder erinnern sich auch immer. im Zimmer mit der Puppe, ne? Im Wohnzimmer? Echt? Hey, es wird immer unangenehmer hier. Wohnzimmer. Oh yeah, ihr habt recht, sehr gut, Leute. Oh Gott, ey. Oh nein, es wird immer schlimmer mit dem Licht und der Musik und oh. Oh Gott. Und die Tür ist jetzt auch zu. Warum ist die zu? Oh, ich will das nicht machen. Oh. Oh Gott. Ja, genauso schön hört sich das an, wenn man Zähne rausreißt. Oh Gott. What the fuck ist das? So gruselige Scheiße, ey. Oh, es wird immer intenser. Ich hab Kopfweh. Ich möchte das nicht tun. Ja, wir haben doch jetzt alles. Ich hab doch jetzt Fingeraugen und ach, ein Auge fehlt mir noch. Ach, ein Auge fehlt mir noch. Ja, das. Wo find ich denn das Auge? Oh Gott, ich glaub, die Puppe, ne? Oh no, die Puppe. Oh. Die hat echte Augen gehabt. Oh fuck. Ich komm da nicht rein. Ich komm hier nicht rein. hier geht's weiter. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Oh Gott, ich seh nichts. Ah, es ist schrecklich. was ist das für hier oben? Oh Gott, Leute, was ist das für hier oben? das ist dann dafür, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein, oh mein Scheiß. Herzmann. Ja, Baby, schrei. Ich werd dir jetzt dein kackblödes Auge ausreißen für diesen scheiß Jumpscare, Alter. Komm her, du Drecksau. Ja, komm da raus. Ich hol mir jetzt, was mir gehört. Brauchst du noch so dumm zu schreien? Komm her. Gib mir dein fucking Auge. So, oh Gott. Das wird jetzt richtig ärger. Oh Gott, ich seh den da noch im Spiegel drin, ne? Boah, es gibt jetzt richtig Tote, dass ich ihm das Auge weggenommen hab. Mhm. Ey. Ey, das war der Jumpscare meines Lebens, ne? Dass der da so nah an mir dran ist. Holy shit, ey. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Komm, füg die Scheiße ein. Was auch immer das für eine kranke Kacke ist, ist es mir egal. Es ist einfach nur geisteskrank. Oh ja, genau, nur so kannst du es öffnen. Gib mir bitte einfach den Zettel. Was ist das? Oh Gott. Er ist stärker im Dunkeln. When you light up all the rooms, it will get weaker. Also wenn du quasi alle Lichter hell machst, wird er schwächer und er geht raus. Das ist der Schlüssel. Das ist die Key to Bugs under the ceiling. Das ist der Schlüssel. Oh Gott, nein, ich wäre super. Wie soll ich das jetzt machen? Ich will einen Schlüssel bekommen. Okay. Bringt mir halt nichts, wenn ich das nicht ankriege. wo finde ich das Feuerzeug, Leute? Ich glaube, jetzt wird es gerade ernst. Äh. Ja, der Box ist unter der Decke. Ähem. Hallo? Oh Gott. Wo? 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 Ne, es geht nicht. Ich brauche jetzt erst mal ein Feuerzeug. Oh Gott, die Puppe wird mich auch so hart hassen, ne? Ah! Oh no, what is this? Danke David für ein Stufe 1 Sub. Danke Bienchen für ein Prime. Danke, Marco Mann für dein Prime. Ich habe, ich packe das nicht mehr. Ich muss doch jetzt nicht überlang latschen für, oh mein Gott. Bin ich in der Hölle? Try again. Oh scheiße, was habe ich falsch gemacht? Äh, you need to listen. Okay. Okay. Nochmal. Was habe ich falsch gemacht? Okay, ich glaube, das ist die richtige Tür. Nein! You need to listen. Was höre ich denn nicht? Was höre ich denn falsch? Du musst da rein, wo keine Geräusche sind. Danke David für ein Sub bis Juli. Ja, Lara weiß aber Bescheid, dass wir das Spiel erst durchspielen. Sie hat gesagt. Also nicht da rein. Was ist hier? Okay, Okay, ich verstehe. Zu den leisen Türen? Also da nicht. So, hier bin ich doch richtig jetzt, oder? Da höre ich jetzt aber ein Geräusch. Heißt, ich gehe da nicht lang. Also, geh mal wieder zurück. Danke, Grazocker, für sechs Monate, ein halbes Jahr schon fühle mich, äh, ich fühle mich genug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war richtig. Nee, da höre ich was. Hey, das ist wirklich zum Kotzen hier gerade, ne? Oh Gott. Oh Gott. Und die ganzen scheiß Arme hier auf dem Boden, Mann, widerlich. Ich wollte ja nur meinen Großvater besuchen, Mann. Mann. Ich höre hier an der Tür nichts. Oh Gott, die sind ja voll viele Türen. Oh Gott. Also, ich glaube, ich habe hier hinten nichts gehört. Aber die geht auch gar nicht auf. Oh Gott, das ist schwierig. Dann machen wir mal die auf. Da ist aber auch nichts drin, ne? Wo muss ich dann hin? X, hier muss ich rein. Oh. Ich glaube, das war richtig. Zwei? Okay, das wird wahrscheinlich wichtig sein. da gehen wir nicht lang, da ist Gequietsche drin. Ich glaube, da gehe ich besser nicht rein, oder? Da trompetet irgendwer in welche Tür. Danke, Tye, für zwei Monate. Trompeten sind immer ein Zeichen für Gutes. Ich glaube, hier, oder? Fudel. Danke, Schafritte, für den Prime. Ich glaube tatsächlich, ich muss hier rein, oder? Also hier nicht. Da heult jemand. Hier ist Trompeten. Und hier geht einfach nur voll die Action. Ne, da auch nicht. Hilfe, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo rein? Hilfe! Hier steht kein Nummer zwei oder so. Ich habe keine Lampe. Ich sehe nichts. Dankeschön, Titterich von Busen. Ich kann auch nicht mehr hoch, ne? Ich komme auch nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Weiß jemand, wo ich hin muss? Der ist auch wirklich weiß. Ich kann auch nicht mehr hoch hoch. Ich kann Walzäu sehen. Ich komme hier nicht raus. Also ich kann da nicht mal raus. Rot bringt nicht. Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh Gott, das war glaube ich falsch. Der hat aber mein Licht. Oh, wie sieht der ekelhaft aus. Oh mein Gott, scheiße. That party last night. I had that one girl completely naked. Kriege ich das? Bitte. Dein Fusch. Darf ich ihm das wegnehmen oder dreht er dann durch? Oh Gott, da muss ich es ihm nehmen. Oh Gott. Dafür geht es in Schamske, oder? Das muss ich jetzt. Dankeschön für zwei Monate! Muss ich jetzt da lang, oder wohin? Ah, ich muss jetzt wahrscheinlich gucken, wo die 2 ist, oder? Auf jeden Fall ist hier keine 2. Dankeschön! Radikal für den Prime! Hey, ich kann nicht hören, was überhaupt abgeht! Ah! Du ekelhaftes Stück Scheiße! Muss ich da rein? Muss ich da rein? Hey, komm, Kollege! Ich tue auch gar nichts! Oh mein Gott, look at this! I am beautiful! No matter what they say! Words can bring me down! Oh no! Oh Gott, dieser Moment im Zug mit irgendeinem Creep ist, oder im Aufzug mit einem Creep ist, und da schaue ich die ganze Zeit an, denkst du, lass mich in Ruhe! Danke, mein Freund! Es war echt angenehm, mit dir diese Fahrt zu begehen, und adieu! Das war das verstörendste Erlebnis meines Lebens! So, ich leite jetzt den ganzen scheiß Place ab hier! So, so, antünden! Ich mache jetzt hier alles voll mit Kerzes! Ob du willst oder nicht! Ich glaube, eine Kerze reicht nicht, oder? Eine Kerze reicht pro Zimmer! Ernsthaft? Das ist ja lächerlich! Das ist ja lächerlich! Leider! Oh Gott, nein! Machst du bitte schnell! Muss das sein? Was soll denn das hier? Meine Kerze geht nimmer! Dankeschön, Diva, für 1000 Bits! Erotisches Licht! Da ist schon wieder dieses scheiß Bild! Oh Gott, was ist denn das? Hä? Oh ne, der ist voll riesig geworden, ne? Habt ihr es gesehen? Der ist ein richtig großes Monster geworden! Richtig beruhigend, wenn dieses Geräusch da angeht! Oh ja! Danke, Nini, für 1000 Bits! Spread the love! Spread it! Oh nein! 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 Ich will nicht schon wieder! Was denn jetzt schon wieder, Kollege? Ach, der guckt da rein! Ach, das ist sein fucking Auge! Ach so! Das ist ein Glubsch-Auge! Oder? Das sind deine Augen! Ihhh! 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 Das ist so disgusting, mein Freund! The next candle! I will place it right! Was soll das? Tschüss! Das ist ja der Augenlaser lassen! Danke, Slender! Wieso habe ich keine Kerze mitgenommen, oder was? Oh! Meine Güte, Jungs, ey! Er schreckt mich doch nicht so! Was macht ihr denn noch hier? Äh! Was wollt ihr von mir?! Ah! 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 So reagiere ich, wenn Männer auf mich zukommen, weil ich Angst habe! Nein, Spaß! Äh! Dankeschön an Domba Hype for 500 Beats, du verrückte Nudeln! Ich hasse es so sehr! Es ist so scheiße einfach nur dieses Spiel! Es ist scheiße geil, dieses Spiel! Aber es macht mich doch ein bisschen... Oh Gott! Es macht mich echt nervös hier langsam! Ich stelle jetzt meine letzte Kerze auf! Und niemand wird mich daran hindern! Wer? Oh nein! Oh nein! Irgendeine Drecksau pustet meine Kerzen aus, ne? Genau gehört, Leute, ne? Ekelhaft! Irgendein Bastard zündet, pustet meine... Ah! 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 Ah ne, doch nicht! Hat sie nur falsch angehört! Ah doch! Irgendein Drecksau hat meine Kerzen ausgezündet! Genau! Die auch, gell? Du Penner! So! Boah! Hey! Ich pack das nicht! Dieses Spiel ist wirklich... Einfach nur assholig! Ich fahre, als ob so ein Kerzchen hilft, ne? Das Licht vorhin hat viel mehr gebracht! Das Spiel ist ein Asshole! Oh Gott! Das muss ich bei ihm machen! Ich dachte gerade, ich küss ihn! Komm schon, küss sie doch! Schalalalalala! Schalalalalala! Nein! Oh nein! Oh nein! Ich warte es nicht! Oh nein! Komm schon, küss sie doch! Schalalalalala! Hör nicht auf! Komm schon, küss sie doch! Wo im Flur? Wo im Flur? Wo im Flur? Wo hier? Ja! Mach's an! Ja! Sehr gut! Noch eine Kerze! Wo muss die hin? Wo musst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen! Ich halt dich fest! Oh Gott! Oh Gott, Leute! Der Ass hat die Tür aufgemacht! Oh nein! Oh nein! Bitte nicht! Gib mir doch einfach so die letzte Scheißkerze jetzt! Und nervt mich doch bitte nicht! Oh mein Gott! Unnötige Panikmacherei! Hey! Ich hab einfach den Höhepunkt jetzt ausgereizt so, ne? Heute nicht! Okay! Komm, Big Boy! Raus aus dem Zimmer! Ich muss dich jetzt leider ausräuchern! Raus mit dir! Oh Gott! Er wird mich so hassen, ne? Es tut mir so leid, aber... Oh Gott! Er stand da! So! Du Arsch! Was machst du jetzt? Hä? Oh! 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 Am I free now? Oh Gott! Echt! Boah! Sorry, Pap! Aber ich... Opa! Ich werd dich leider wirklich nie wieder besuchen gehen, ne? Kann ich jetzt nach oben? Ne, ich kann immer noch nicht hoch! Ich kann jetzt abhauen! Boah, geil! Das werd ich so enjoyen! Ich embrace das jetzt! Aber wir kennen Horrorgames! Ich geh jetzt nicht schnell runter! Weil wir werden uns gleich so erschrecken! Wenn da irgendeine Scheiße steht! 100% wird jetzt gleich der Jumpscare des Grauens kommen, Leute! Oh mein Gott, ey! Oh Gott! Was ist das für eine Musik? Oh Gott! Hilfe, die Musik! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Er macht jetzt aus! Oh Scheiße! Ich bin immer noch drin! Ich komm nie wieder raus! Oh Gott, End! Ich bin in diesem unfassbar kacken Loop gefangen gewesen! Oh Gott, was ein Game, Mann. Also, oh. Boah, Leute, das Game war echt geil. Vor allem, weil diese Aussage, dass ich unter das Bett kam, konnte, war ja eigentlich voll gelogen. Ich hätte ja kein einziges Mal abhauen müssen. Aber geiles Game. Ich liebe solche Games. Darauf stehe ich. Ich will mehr davon. Und deswegen empfehlt mir mehr davon und schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, kommt auf www.twitch.tv-live. Und jetzt raus!